das neue amazon fire max 11 und da hat amazon natürlich ein vergleichsweise günstiges tablet auf den markt gebracht ab 270 euro kannst du es dein eigenen ich hatte es sieben tage mit dabei konnte es in dieser zeit natürlich komplett testen ob leistung display filme schauen kamera video foto und natürlich auch spielen was dieses tablet alles kann was dieses tablet nicht kann und wie es sich so schlägt ob es gut ist ob es schlecht ist das erfahrt ihr jetzt in diesem video ich wünsche euch ganz viel spaß beim anschauen bevor es losgeht ich habe das tablet natürlich selbst gekauft wurde jetzt von amazon nicht unterstützt und vorweg schon mal die frage beantwortet mit dem apple ipad kannst du dieses amazon fire max 11 nicht vergleichen dass das apple ipad deutlich leistungsstärker aber es hat noch andere vorteile und ich habe es mal mit dem google pixel tablet verglichen das video kommt auf meinem kanal wer da interesse hat das video zu schauen jetzt schon mal den kanal abonnieren bzw diesem video einen freundlichen like geben und jetzt schauen wir uns erstmal an was hier in der kiste direkt drin ist mir fällt natürlich persönlich auf dass dieses produkt sehr ansprechend verpackt ist hier vorne dann direkt das fire max 11 abgebildet man sieht auch schon es ist eine ganz andere form und man hat hier auch so das gefühl bei der verpackung dass das so ein bisschen sich vom karton abhebt finde ich echt sehr gut gestaltet das ist die frontseite seitlich siehst du dann noch mal den schriftzug fire max und hinten gibt es dann noch mal die beschreibung bzw die ganzen dinge die hier sozusagen enthalten sind wie zum beispiel der octa core prozessor der arbeitsspeicher und 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 kommen wir natürlich dann später zu jetzt wollen wir das gerät erst mal auspacken und wenn wir schon beim 16 zu 9 standard sind machen wir das auch 16 zu 9 weil das ist relativ hochkant diesmal und jetzt geht's los wir gucken mal was im karton mit drin ist und hier vorne sehen wir natürlich erstmal hier eine kleine auswölbung das hat aber nichts zu tun damit dass du hier irgendwas rausholen kannst eigentlich ist es so wie bei den meistens amazon verpackung du kannst es einfach rausnehmen und siehst dann genau was auf dich zukommt hier werden dann die bedienungsanleitung und das zubehör drin sein und da schauen wir uns ganz genau mal an was hier so direkt mit dabei ist das ist der netz adapter gleichzeitig wird es dann definitiv noch mal bedienungsanleitung geben und da fehlt noch ein kabel genau da ist es das kabel und weiter gibt es ja eigentlich nichts und dann kommt schon das tablet der inhalt der verpackung ist relativ schnell erklärt zum einen natürlich dann die informationen zum anderen die bedienungsanleitung die ich immer sehr gut finde weil das macht amazon echt richtig super erklärt alles wirklich idiotensicher von der installation nachher auch bis zur benutzung eine interessante geschichte und wer immer die bedienungsanleitung so schnell weg schmeißen sollte der sollte das in diesem fall nicht tun denn hier ist immer noch der pika für den sd beziehungsweise micro sd kartenslot mit drin den sollte man dann wirklich nicht wegschmeißen gleichzeitig dann natürlich das usb c auf usb a ladekabel und der adapter der natürlich auch nicht relativ schnell lädt aber immerhin bietet der amazon noch einen netz adapter dazu andere hersteller halten das ja mittlerweile überhaupt nicht mehr für nötig dann kommt natürlich auch das pure tablet daher und da sehen wir natürlich hier schon die front sehr unberührt noch ohne fingerabdrücke sieht am anfang immer richtig gut aus bis es dann in die benutzung geht und dann werden natürlich die fingerabdrücke hier wieder vorhanden seien hier oben kann man auch schon erkennen dass hier eine frontkamera verbaut ist rückseitig gibt es dann auch noch mal das amazon logo und die hintere kamera hier an der oberseite befinden sich dann die aussparung für die lautsprecher an der unterseite gibt es dann der connector für die im zubehör erhältliche tastatur auf dieser seite erkennt man denn den usb c ladeanschluss sowie die bedienungs tasten das wird laut und leise sein und hier sehen wir auch noch mal den micro sd kartenslot der ebenfalls hier verbaut ist und in der bedienungsanleitung haben wir es ja schon gesehen da gibt es dann sozusagen den pixar womit du diesen anschluss hier frei machen kannst und deine micro sd karte direkt einstecken kannst von vornherein ich habe es direkt ohne zubehör bestellt es gibt natürlich dazu noch eine original hülle von amazon die kostet so etwa 90 euro gleichzeitig dann noch einen pen der kostet etwa 30 euro aber die frage steht natürlich im raum brauchst du diese hülle und brauchst du diesen pen überhaupt für dieses tablet ich bin der meinung 80 prozent die dieses tablet konsumieren bzw kaufen brauchen dieses zubehör nicht kauft euch da lieber eine entspannte freundliche hülle für circa 30 euro ich habe euch die mal direkt in meiner video beschreibung verlinkt dann könnt ihr eine menge mit dem tablet anfangen natürlich wer jetzt eine tastatur braucht und wir nutzen pen noch dazu kaufen möchte kein problem sind ungefähr noch mal 120 euro die ihr auf rechnen müsst auf die 270 euro die sozusagen das tablet im grundpreis kostet das tablet ist natürlich auch direkt noch mal zu genaueren informationen in meiner video beschreibung verlinkt aber natürlich als erstes mal die frage das tablet als 64 gigabyte oder als 128 gigabyte version kaufen das ist für die meisten dann immer so ein rätselchen und gleichzeitig mit werbung oder ohne werbung ich kann von vornherein sagen 64 gigabyte reichen eigentlich aus weil du hast natürlich noch eine speicherarbeitung über eine micro sd karte mit dabei bis zu 1 gigabyte da müsste normalerweise bei normalen anwendungen 64 gigabyte als normaler speicher ausreichen 128 gigabyte speicher sind natürlich auch möglich und bei amazon kostet das ganze 30 euro auf preis da muss man mal die preise von apple sehen da ist das deutlich teurer also wer das geld hat kann natürlich auch die 30 euro auf preis zahlen dann zahlt man halt für dieses tablet direkt 300 euro und wenn jetzt die frage besteht mit oder ohne werbung bitte kauft es ohne werbung denn die werbung geht ja irgendwann so direkt auf die nerven dass sie wirklich richtig nervt ich habe es nämlich mit werbung gekauft und ich kann euch direkt empfehlen kauft ohne werbung natürlich für alle interessierten kurz im schnelldurchlauf die technischen daten dieses tablets und das ist eine art 5 zu 3 format gemacht für filme spiele apps zum bücher lesen und emails beziehungsweise text anwendungen schreiben werden die tastatur dazu braucht gleichzeitig 25,9 cm breit 16,3 cm hoch und 7,5 millimeter dick auffällig bei diesem tablet ist die robuste bauweise das muss ich immer wieder sagen da hat sich amazon natürlich richtig mühe gegeben aber die robuste bauweise ist natürlich dann auch ein bisschen anstrengend weil ich habe hier hinten schon einen kratzer drauf und robuste bauweise und kratzer bei richtig ordentlicher behandlung die passen irgendwie nicht zusammen aber dazu später mehr in diesem video leider kommt kein kopfhörer anschluss mit dazu aber du kannst natürlich alles über bluetooth direkt anschließen das gewicht dieses tablets beträgt stolze 490 gramm du hast zwei integrierte mikrofone einen ausschalter und natürlich dann die passenden lautstärke regler direkt mit drin verbaut usbc anschluss ist klar zum laden und in vier stunden ist dieses tablet komplett aufgeladen wenn du es dann mit dem neuen watt netzteil bedienst ist natürlich ein bisschen peinlich für amazon warum legen die da kein größeres netzteil mit rein verstehe ich nicht mit dabei auch noch die front und heckkamera jeweils mit 8 megapixel in hd video rückseitig auch mit autofokus aufnehmbar und es ist kein sim karten anschluss für mobile anwendungen verbaut nur wlan mit wifi 6 unterstützung von den sensoren her haben wir den beschleunigungsmesser den hall sensor den umgebungs licht sensor gleichzeitig kannst du natürlich die helligkeit des displays einstellen bei tageslicht ist das grenzwertig geht aber hat mich aber direkt nicht begeistert das display ist leider nur 60 hertz kommt aber mit ganz guten auflösungen im 11 zoll bildschirm nämlich 2,4 millionen pixel 2000 x 1200 verbaut ist ein octa core prozessor mit 2,2 gigahertz leider nur vier gigabyte ram wenigstens sechs gigabyte ram hätten es meiner meinung nach sein müssen ein fingerabdruck sensor ist vorbanden und gleichzeitig gibt es natürlich auch den spiele dienst luna für gaming anwendung der jetzt wirklich schnell genug sein soll dass das alles funktioniert 14 stunden akkulaufzeit hat das tablet und alexa ist natürlich on board amazon hat natürlich hier das eigene betriebssystem feier os verbaut du hast hier keinen google play store und du kannst soziale medien teilweise per app dir nachladen es ist aber nicht alles im angebot was hier sozusagen an sozialen medien rumschwirrt und zur leistung schon mal vorweg da gibt es natürlich china tablets die hier deutlich mehr leistung haben und auch mehr bieten aber wenn du in der amazon blase direkt mit drin bist beziehungsweise noch weitere amazon geräte hast dann wird er dieses tablet sehr nützlich sein die robuste bauweise die amazon hier so hervorhebt die ist natürlich auch zu spüren erstens natürlich am gewicht und zweitens auch am handling aber es soll natürlich auch für kids da sein und man weiß natürlich selber dass die kiddies gerne mal was fallen lassen das natürlich unbewusst aber ich denke mal dieses amazon fire elf max tablet das wird so den einen oder anderen sturz direkt aushalten und hier wirklich kaum irgendwelche schäden davon tragen warum ich jetzt direkt hier ein kratzer drauf habe verstehe ich nicht aber vom prinzip her ist es wirklich sehr robust verbaut die einrichtung dieses tablets ist natürlich auch in gut 15 minuten erledigt leider gottes musst du dann natürlich deine angaben hier aktualisieren denn amazon konto bestätigen und natürlich noch einige andere kleine geschichten direkt eingeben bevor du das tablet direkt nutzen kannst wichtig ist natürlich von anfang an amazon gibt dir immer gleich noch ein update das heißt du musst dann circa fünf minuten einplanen in denen dann hier direkt dein update installiert wird und dann kannst du das tablet eigentlich relativ easy und einfach nutzen möglichkeiten für die sicherheit sind ein fingerabdruck sensor geht eigentlich relativ schnell hiermit kann man sehr schnell das tablet entsperren und gleichzeitig kannst du das natürlich noch über einen pin regeln wenn du deinen fingerabdruck jetzt hier nicht installieren möchtest nach der installation sind wir natürlich auch schon direkt bei der übersicht hier mit dabei und sehen natürlich dass das 60 hertz display das eigentlich relativ fluffig macht muss ich jetzt ehrlich mal sagen also hier hast du kaum ruckler dabei wenn du so ein bisschen über die menüleisten hin und her scrollst da bist du wirklich gut mit dabei auch bei der direktanwahl hier direkt über das menü hoch und runter ist das eigentlich eine gute geschichte du bist sehr schnell und du kannst natürlich alles ordentlich erkennen was mich jetzt hier fasziniert hat es wirklich auch so ein bisschen die farbwiedergabe dieses displays also man muss ehrlich sagen es sind zwar nur 60 herz aber das display macht einen guten job der hauseigene amazon explorer ist natürlich auch hier direkt oben verbaut kommst du immer relativ easy ran und kannst dir dann natürlich hier per sprach tastatur im internet einige sachen suchen oder gibt es natürlich auch mit sprache ein käsekuchen so da hast du natürlich hier dann gut verständlich alles über käsekuchen direkt gefunden hiermit gehst du dann wieder zurück und schiebst die seite einfach hoch so dass sie dann wieder verwertet werden kann gleichzeitig natürlich auch per sprache eingabe möglich ich sag mal jetzt wenn ich jetzt hier mal direkt schreibe dass er also die ganzen schreibgeschichten sind natürlich hier über das tablet relativ kompliziert aber dazu kannst du natürlich dann die tastatur besser benutzen aber ich sag mal per sprache eingabe ist das richtig gut möglich also du brauchst hier kaum die tastatur benutzen drückst einfach auf diesen mikrofon button jetzt hört natürlich auch komplett in der moderation mit deswegen machen wir das jetzt noch mal aus und sagen ein wort karte von deutschland und sehen er versteht ich richtig gut also da gibt es kaum verständigungs probleme auch zum lesen von büchern und zeitschriften kann man dieses tablet empfehlen das ist natürlich dann natürlich ein besseres format wenn man das ganze dann hochkant liest und hier sieht man wirklich ich habe das display jetzt auf 100 prozent gestellt weil etwas dunkler und etwas heller kann natürlich jeder für sich selber entscheiden aber darum geht es ja nicht es geht wirklich um die wiedergabe von zeitschriften und natürlich auch von zeitung oder büchern du hast hier optimale lesegeschichten also dass man das nicht erkennen kann das würde ich jetzt direkt nicht sagen und beim umblättern sieht man natürlich auch direkt bei den texten und bei den bildern dass die qualität hier völlig ausreichend ist zum lesen und natürlich auch dann zum bücher lesen mir gefällt es richtig gut und wenn man jetzt wie gesagt das zeitschriften abo oder das bücher abo von kindle mit besitzt dann ist das tablet wirklich eine bereicherung hier kann man optimal lesen die texte vergrößern je nachdem wie man das haben möchte oder auch verkleinern und selbst beim summen man sieht wenn man in den text rein zoomt und auch wieder raus zoomt gibt es kaum ruckler das macht der prozessor schon richtig vernünftig und mit vier gigabyte arbeitsspeicher wundert mich dass das ist wirklich so einfach und leicht geht also ich sag mal wer bücher und zeitschriften lesen möchte hier auf diesem tablet der ist wirklich mit diesem gerät sehr gut bedient also bücher lesen und zeitschriften lesen geht schon mal richtig gut mit dem tablet jetzt schauen wir uns mal die video wiedergabe an und da gehen wir mal direkt in die prime video app mit rein und scrollen mal von oben nach unten ich weiß nicht ob die kamera das richtig wieder gibt aber ich sehe es natürlich hier auch also beim hoch und runter scrollen gibt es dann schon mal ein paar ruckler ja aber man uns wollte eigentlich langsam wenn man sich die filme anschaut man scrollt jetzt sozusagen nicht hin und her wie ein schneller mensch sondern das macht man relativ ruhig und langsam und da beherrscht das tablet natürlich das scrollen aber wenn man dann schneller unterwegs ist da siehst du dann schon mal ein paar ruckler mit dabei jetzt gucken wir uns mal ein filmchen anschauen wir einfach mal hier direkt in meine lieblingsserie rein mentalist nennt sich die und so von der wiedergabe her da sieht man natürlich dann direkt dass es einfach mal ausreichend ist so vom film her und von den helligkeiten her wie gesagt das tablet ist jetzt direkt auf hell gestellt ja also ist das 100 prozent der helligkeit aber wenn man jetzt mal schaut auch beim schwarz und dem kontrast zum weiß da ist es eigentlich auch richtig gut und so die filmwiedergabe ich habe es natürlich auch mal direkt bei mir im studio getestet in bezug auf spielfilme aber man kann wirklich sagen das tablet ist zum spielfilm schauen und zum medien konsumieren wirklich geeignet auch die farbwiedergabe ist richtig schön knackig und vernünftig du hast hier sozusagen kaum aussetzer kaum ruckler ich bin der meinung wer wirklich medien damit konsumieren möchte der kann das natürlich sehr gerne tun und hat hier wirklich ein leistungsfähiges tablet für diesen bereich mit dabei jetzt gucken wir uns mal die spiele geschichte an ich habe hier mal so ein komisches autospiel und da setzen uns jetzt einfach mal kurz ran immer dieses günstige auto rennen spiel angemacht das ist jetzt nur nichts besonderes das hat auch keine großen ansprüche an die grafikkarte oder irgendwas anderes das ist jetzt bloß mal ein beispiel damit ihr seht dass das hier funktioniert mit dem tablet auch zu spielen ich sag mal gas geben kannst du nach links und rechts so vom prinzip her die wiedergabe ist flüssig was sozusagen jetzt hier das video spiel betrifft und du kannst natürlich alles erkennen farben sind satt und knackig und ich könnte natürlich hier sämtliche spiele auch noch mal durchprobieren aber ich mache das nicht weil wirklich der spiele modus der ist von amazon komplett verbessert worden und du hast natürlich auch die möglichkeit hier dir im hauseigenen amazon app store die deine spiele zu laden und 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 wirklich hunderte von verschiedenen spielen die hier raus zu suchen und einfach auf dem tablet los zu spielen das ist eine gute geschichte und ich bin der meinung das was amazon hier anbietet das kommt auch sehr flüssig rüber also filme schauen zeitungen lesen bücher lesen spielen am tablet ist schon mal ganz gut möglich noch ein paar sachen zu den einstellungen wenn du hier oben runter ziehst hast du natürlich android ähnlich deine ganzen einstellungen und natürlich auch die möglichkeiten hier die bedienung der letzten minuten oder anderen geschichten zu sehen beziehungsweise zu aktivieren du hast dein wlan angezeigt du kannst bluetooth an machen den flugmodus wechseln und ein dunkles design erzeugen sowie alexa mit der stimme hier beanspruchen ich hoffe die geht jetzt nicht wieder an und gleichzeitig natürlich hier auch automatisch drehen ist vom quer ins hochkant format direkt also android artig sind hier sozusagen alle möglichkeiten in den einstellungen vorhanden wenn wir schon bei den einstellungen sind du hast natürlich auch hier die möglichkeiten die ja wirklich alles von vorn bis hinten direkt einzustellen ob es einstellende möglichkeiten fürs internet sind für verschiedene geräte dann die feierbar tablet zubehör geschichten was ich am anfang schon erwähnt habe jetzt mit der tastatur und mit dem pen und gleichzeitig siehst du natürlich auch noch die akku einstellung hier kannst du auch noch ein paar sachen für den energiesparmodus regeln und so weiter und so fort das ist hier alles möglich und natürlich auch perfekt einstellbar da kann man wirklich überhaupt nicht meckern bei dem tablet natürlich können das viele tablets aber in der preislage 270 bis 300 euro hat hier amazon schon ein relativ zuverlässiges ordentliches vernünftiges produkt hergestellt wie gesagt es gibt keinen google play store es gibt nur die hauseigenen amazon geschichten wie zum beispiel auch video für youtube das ist auch eine hauseigene app die dir sozusagen dann youtube auf das tablet drauf holt die musst du dann extra installieren geht aber auch relativ schnell und wenn du jetzt youtube konsumieren möchtest dann kannst du das natürlich hier auch reichlich tun das ist genauso wie bei der youtube app hier teilweise vernünftig dargestellt du hast eigentlich keine ausnahmen keine fehler außer dass natürlich hier dann immer diese komische werbung mit drin ist macht aber nichts also du kannst auch youtube inhalte konsumieren du kannst verschiedene sachen hier direkt nach hoch und runter scrollen in sachen youtube ist amazon hier perfekt aufgestellt und hat natürlich auch die passenden apps dazu es ist halt nur nicht möglich viele google geschichten direkt hier zu installieren die du vielleicht auf anderen tablets von android versionen kennst das ist hier feier os das ist ein eigenes betriebssystem von amazon aber ich sag mal 80 prozent der anwendung die du sonst tätigst kannst du auf diesem tablet hier ebenfalls machen zum thema leistungsoptimierung amazon verspricht uns ja in dem erwerbespot für dieses neue tablet dass du jetzt mehr machen kannst mehr leistung hast und so weiter und so fort die tastatur brauchst du eigentlich für texteingaben hier gibt es dann für texte ein e mail programm mit dazu was du dir dann extra noch installieren muss und gleichzeitig noch mal die möglichkeit microsoft 365 office hier sozusagen zu installieren das wird natürlich auch sehr vernünftig und flüssig installiert aber vom prinzip wer es braucht das sind dann aber hier auch die textanwendungen die du sozusagen erst mal nur machen kannst dafür extra eine tastatur für 90 euro kaufen weiß ich nicht ob das jetzt irgendwo sinnvoll ist mehr kannst du hier wirklich filme konsumieren spiele machen und andere geschichten für mails ist natürlich auch noch eine möglichkeit da aber dann eine mail zu schreiben ohne tastatur nur mit der hauseigenen tastatur die hier sozusagen mit verbaut ist ist auch relativ kompliziert also wie gesagt in sachen leistung und optimierung hat ja amazon nicht allzu viel getan ganz wichtiges kriterium für das konsumieren von medien ist natürlich dann noch die akkulaufzeit und amazon gibt hier eine 14 stündige akkulaufzeit für dieses tablet an und ich muss jetzt ehrlich sagen ich habe dieses tablet sieben tage benutzt und einmal musste ich es aufladen und jetzt hat es immer noch 30 prozent restakku was bedeutet dass die akkulaufzeit hier wirklich bei diesem tablet unwahrscheinlich gut ist also 14 stunden sind perfekt teilweise du nutzt es ja nicht direkt den ganzen tag und scrolls hoch und runter und machst und meistens hast du hier so eine nutzungsdauer bei normalen anwendungen zwei stunden schauen bzw mal am tablet kleben spiele machen und wenn du das jetzt so auf zwei stunden pro tag begrenzt kommst du definitiv vier oder fünf tage mit einer akkuleistung was natürlich unwahrscheinlich interessant ist schade dann natürlich dass das tablet dann so lange laden muss mit vier stunden ladezeit bist du hier komplett dabei wenn du das original 9 watt netzteil benutzt ich habe es persönlich noch nicht probiert hier ein höheres netzteil anzuschließen was sozusagen 50 60 70 watt hat ob hier sozusagen auch schnell laden funktioniert steht aber nicht drin bei amazon und ich denke das wird dann hier auch direkt nicht funktionieren du musst dann wirklich die vier stunden klarkommen in denen das tablet late die kamera und video funktionen sind ja auch noch lobend zu erwähnen wenn man jetzt mal die kamera anwendung öffnet dann siehst du natürlich über die frontkamera hier direkt meine kamera die über mir hängt und hier hast du die möglichkeit zwischen video und foto umzuschalten und gleichzeitig natürlich dann nochmal der button der sozusagen zum auslösen der ganzen geschichte ist der hängt natürlich hier links wäre natürlich schön wenn der recht sein würde weil hier sind natürlich auch bei einer einhändigen bedienung alle anderen tastaturfelder wie der fingerabdruck und die lautstärke vorhanden warum man den jetzt direkt auf die seite gebaut hat das verstehe ich nicht man kann dann auch wieder umschalten zwischen den kameras erstmal klar auf fotos da kommen wir gleich noch mal zu jetzt komme ich aber wieder nicht zurück hier aus diesem modus ich würde ganz gerne wieder direkt in meine kamera kommen und da ist er auch wieder aber du kannst wie gesagt noch die kameras wechseln dann von front auf rückseitig und man sieht natürlich hier jetzt direkt erstmal meinen schreibtisch ich habe es aber auch im studio schon mal gemacht und habe hier direkt mal die kamera ansichten gewechselt und das ist eine schöne geschichte und jetzt mache ich mal folgendes was mich jetzt wirklich mal interessiert ist die videoauflösung du hast hier videoauflösung von hd als höchste videoauflösung bezeichnet aber man muss sich mal vorstellen ich habe jetzt hier das studio das ist hier eigentlich ein relativ dunkleres umfeld und hier in der vorschau vom tablet sieht das ganze schon richtig gut aus und jetzt mache ich euch mal ein beispiel video wie das sozusagen funktioniert halt das mal so direkt hier in die studio anzeige mit rein so dass er dann auch vergleichen können zwischen der hochauflösenden kamera und jetzt hier diesen kleinen 8 megapixel kamera kann man sagen und jetzt schauen wir uns mal hier direkt an die auflösung beziehungsweise auch die bildauflösung von diesem tablet und ich muss ehrlich sagen ich bin wirklich begeistert von der bildqualität die hier direkt herrscht wenn man sich mit einer frontkamera mit einer ganz kleinen 8 megapixel kamera selbst aufnimmt natürlich sind die farbwerte nicht so optimal ich wirklich jetzt hier sozusagen mehr rot als ein bisschen braun das ist nicht so schlimm aber die qualität für dieses tablet in bezug auf video und auch auf foto die muss ich hier wirklich lobend erwähnen das ist wirklich eine gute geschichte also für video calls und für videos wenn man jetzt mal kein handy direkt griffbereit hat oder andere geschichten kann man das tablet wirklich nutzen hätte ich nie gedacht und wirklich auch nicht vermutet aber im foto bereich und gleichzeitig natürlich auch im video bereich ist dieses tablet durchaus nutzbar wenn du jetzt die hintere kamera dann noch mal aktiviert kannst du auch noch mal mit autofokus spielen das geht bei der frontkamera leider gottes nicht und ich hätte nie gedacht dass 8 megapixel wirklich für diese art von anwendung ausreichend sind und hd ist ja immer noch das gängige fernsehformat ich bin der meinung dass sie hier ein kleines urlaubsvideo oder kurz mal einen freundlichen vlog ebenfalls auf diesem tablet drehen kannst und dass das gar nicht mal so schlecht aussieht natürlich müssen wir auch noch mal zum lautsprecher test kommen und hier gibt es natürlich als vergleich meine stimme und die studio ansicht über youtube und das wird relativ interessant bin mal gespannt was ihr da sozusagen urteilt über die lautstärke qualität dieses tablets aber wir hören uns jetzt mal gemeinsam an und schreibt mir einfach mal in die kommentare ob ihr die lautstärke bzw auch die tonqualität dieses tablets als ausreichend empfindet oder eher als schlecht es gibt wieder was neues zum einen den echo pop und zum anderen den echo show 5 in der mittlerweile dritten generation hier von amazon und ich kann natürlich im vorhinein schon sagen dass das nicht allzu positiv ausfallen wird grad für den echo pop aber dazu gern später was die geräte können was ihr damit machen könnt und wie viel dafür bezahlen müsst erfahrt ihr jetzt in meinem video ich wünsche euch ganz viel spaß beim anschauen ich muss ehrlich sagen die lautsprecher sind befriedigend wenn man jetzt filme oder serien auf dem tablet schaut kann ich natürlich wärmstens empfehlen eigene kopfhörer beziehungsweise eine bluetooth box hier direkt anzuschließen und die qualität die ist wirklich ausreichend ja für den zug mal irgendwo oder wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist mal was vorspielen möchte dann funktioniert aber ich sag mal so anderthalb stunden beziehungsweise 90 minuten einen spielfilm mit der lautstärke qualität würde ich mir persönlich nicht antun und da sind wir natürlich direkt schon beim fazit also wer sich das amazon tablet kaufen möchte der kann es wirklich tun für 270 beziehungsweise 300 euro bekommst du hier ein vernünftiges tablet was gute videoaufnahmen macht was gute fotos macht was ruckelfrei direkt zu bedienen ist womit du zeitschriften lesen kannst womit du bücher lesen kannst womit du filme konsumieren kannst gleichzeitig natürlich auch musik über die amazon music app und spiele spielen das geht alles das haben wir gesehen und für 270 euro beziehungsweise 300 euro kriegst du natürlich auch ein gutes china tablet ja also kriegst mehr arbeitsspeicher du kriegst einen besseren prozessor teilweise stimmt aber dann an den china tablets auch nicht alles da ist dann das display teilweise rucklig oder andere geschichten und hier hast du einfach mal ein qualitätsprodukt von amazon was garantien hat was sozusagen gute wiedergabeleistungen hat was sehr robust verbaut ist was einen schönen display hat was dir filmaufnahmen ermöglicht was dir gute fotoaufnahmen ermöglicht und natürlich auch das konsumieren verschiedener medien mehr ist es für mich eigentlich nicht wenn du dir jetzt eine tastatur kaufst und einen pen dann musst du dir genau überlegen wie viel textanwendungen beziehungsweise andere anwendungen du hier auf diesem tablet tätigsten sehr viel mehr kann man mit dem tablet nicht machen also video schneiden würde ich sowieso nicht empfehlen gleichzeitig jetzt irgendwelche andere apps installieren die sozusagen viel leistung schlucken geht nicht mit dem kleinen prozessor und gleichzeitig auch mit den vier gigabyte arbeitsspeicher aber es ist ein medien tablet es ist ein tablet womit du manchmal eine e mail schreiben kannst wobei hier mit der tastatur auf dem display ist nicht so optimal das bildverhältnis finde ich sehr gut gelöst also spielfilme sehen richtig gut aus auf dem teil kameras sind optimal lautstärke daumen nach unten also die lautsprecher sind hier wirklich nicht die besten ladezeit auch ein mango dass du hier sozusagen vier stunden mit einem neuen watt netzteil direkt laden muss das kannst du maximal in der nacht machen wenn du das tablet dann irgendwie ansteckst aber wenn du es mal schnell brauchen solltest jetzt mal schnell anstecken und einer halben stunde wieder damit arbeiten und das ganze dann flüssig und lange funktioniert leider nicht dieses konzept ist nicht aufgegangen aber für alles andere ist das tablet günstig qualitativ hochwertig sehr robust gebaut mit allen amazon anwendungen die du brauchst selbst alexa ist hier wie gesagt mit an bord du kannst alles per spracheingabe in deinen internet explorer mit einsprechen und hast die echten super tablet was auch mal bei den kids runterfallen kann und ich sehe das natürlich auch im kinderzimmer also warum nicht wenn jetzt sozusagen hier für die kids man tablet her muss was nicht so teuer sein soll was relativ robust ist was auch mal runterfallen kann selbst mit hülle geht das dann direkt nicht beim ersten oder zweiten mal fallen aus normalen höhen kaputt also dafür würde ich sozusagen hier schon mal die hand ins feuer legen das ist echt gut verbaut für die kitties oder halt zum betrieb zu hause nebenbei optimal nutzbar gutes preis leistungsverhältnis von mir definitiv eine kaufempfehlung für dieses amazon fire max 11 ich muss den namen immer noch dreimal buchstabieren weil es gibt so viele amazon produkte die du dann auswendig kennen muss fingerabdruck sensor mit dabei laut und leise regelung mit dabei gute kameras also was möchte man mehr in diesem sinne vielen dank fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und damit tschüss bye bye und winke winke